Leute, ich bin's wieder, Dragon Samus Jones und heute spiele ich GTA 3 auf dem Handy, also los geht's Also hier ist das Kontrollzentrum Von diesem Spiel Ganz mal bei GTA rein, auf dem Handy oder generell Irgendwo, aber sieht fast irgendwie anders aus Aber ist eigentlich das gleiche Ja Das ist die Fiance O2 Und da ist nur ein Ding, das würde sie in die Schicksale Let me guess, the military! That's right, the military teaches you respect, obedience, and it gives you a good pitch. These kids that thought they were going to be millionaires, look where the super gift of... Na ja und, das war's. Ja.